Einen wunderschönen herzlich willkommen zur nächsten Folge hier UltimerXL. So viel habe ich noch nie geschafft wie in dieser Folge. Wie heute. Schön. Ich habe gerade vergessen den Grubber abzuhängen und habe einmal unseren Hof aufgegrubbert. Ui. Also zum Glück haben wir ja keine Grubberfeld-Erstellung. Profis haben wir ab. Ja, total. So, den hängen wir mal ab. Wir wollen uns nämlich das Gülle verschnappen. Und mal ein bisschen Gülle durch die Gegend schieben. Wir nehmen das Güllefass, glaube ich, was beim Schweinestall gerade steht. Und machen mal Licht an. Es ist jetzt ganz schön dunkel. Ja, wir müssen jetzt gleich mal gucken, welche Felder wir düngen. Ich sage mal, Ölrettich brauchen wir jetzt eher nicht düngen. Das halte ich für recht sinnlos. Aber so die anderen Felder. Und knirre ich. Hier ist keiner. Wenn du jetzt längere Wartezeiten hast, könntest du dir einfach die MB-Truck-Spritze schnappen und unsere Felder da, wo Unkar drauf ist, einfach mal spritzen. Wer hat das hässlich Ding davon, dass es niemals ein MB-Truck kann? Was? Gut, dann machst du das bitte mit der Handspritze. Ja, okay. Haben wir eine? Gibt's das schon? Das wäre echt lustig. Ja, es gibt tatsächlich so einen Handspritzen. Aber wer hat diese MB-Spritze gemacht? Oh, ich habe die letztens in echt gesehen. Gibt's die echt? Ich bin auch aus einem Wolkengefahr gefallen. Die ist gar nicht, die ist so 30 Kilometer von hier entfernt. Ich bin mit einem Sprinter lang gefahren. Zum Kunden. Und dann biegt die auf einmal aus dem Hof auf. und ich fahre dann vorbei und singe mir so, hä? Ja, die gibt's echt. Ohne Scheiß, ich hätte jetzt echt gedacht, da hat irgendein Modder das Prinzip eines MB-Trucks falsch verstanden. Hätte ich dir hundertprozentig unterschrieben, dass das auch eine erfundene Sache ist. Aber nein, die gibt's in echt. Krass. Ist sie lokal hier zu decken? Wenn du gewalzt hast, ja. Ging das so schnell? War das so wenig? Naja, knapp 300.000 Liter. Oh, schön. So, welches Feld soll ich spritzen? Äh, fast alle von uns. Also, überall, wo kein Ölrettich drauf ist, einmal. Du musst ja wahrscheinlich noch Herbizid kaufen. Der ist voll. Achso, das ist ja praktisch. Ja, das heißt, nur Feld 24, oder? Musst du mal gucken. Weil Ölrettich ist das heilgrüne, oder? Ne, warte mal. Ja, wir haben ja aber mehr schon. Ne, da unten. Ne, das andere ist was anderes. Was ist das andere da noch? Feld 21 hat aber quasi kein Unkraut. Also fast gar nichts. Wie siehst du das denn vor wieder? Weil ich drauf bin. Was ist das mit Feld 4? Musst du gucken, weiß ich nicht. Okay. Äh, ich guck erstmal bei 24. 4, äh, 24. Wobei, ne, Feld 4 ist besser. Da kann ich mit GPS fahren. Zapfwelle sollte man dann anstellen. Also, ich, ich will ganz ehrlich sein. Ich bezweifle, dass unsere Felder so groß sind, dass du sonderlich lang mit GPS darauf Spaß haben wirst. So, ich fahr auch mal mit GPS. Was hat denn die Spritze für, ähm, für Arbeitsfreude? Ich glaub, das sind auch über 30 Meter. Ja, okay, gut. Oder, oder 24, ich bin mir gar nicht sicher. Also, entweder ist das Gülle fast so schwer. Obwohl, ne, es fährt nur 17 kmh. Naja. So. Habt ihr das auch gemacht. Wir fahren mal wieder von der Innenperspektive. Da könnt ihr gerne in die Kommentare ja einfach mal schreiben. Was ihr besser findet in der Außenperspektive. Äh, für so eine Folge. Oder wie, wie seht ihr das eigentlich? Was ist beim, wenn ihr mal ein Let's Play oder so guckt, euch lieber? Innen- oder Außenperspektive? Ich find's eigentlich teils, teils. Je nachdem, was grad gemacht wird. Ja. Okay. Innenperspektive ist eigentlich relativ cool. Aber manche Sache ist halt auch die Außenperspektive, äh, ganz angenehm zu gucken. Äh, arbeiten wir eigentlich schon mit Precision Farming? Ja. Ja. Haben wir Bodenproben bei Feld 4 genommen? Hm. Was ist denn bei Feld 4? Ja, haben wir. Also, unsere Felder haben alle Bodenproben. Unsere eigenen. Aktuelle Bodenproben. Außer Feld 50. Das ist das erste Jahr im Spiel, Knig. Ach so. Das ist aktuell. Ja, dann. Oder das zweite, ich bin mir grad gar nicht sicher. Ist das erste oder zweite, ja. Aber mehr als das zweite auf gar keinen Fall. Hm, dann gucke ich da jetzt mal hin, weil Stickstoff braucht der Boden nämlich. Ja, da bin ich ja grad bei. Du sollst spritzen, Herbizid. Ich lach ja nur. Ja, ja. Deswegen fahr ich ja mit dem Güllefass und danach können wir mitstreuen. Mensch, das ist aber auch eng hier. Alter Schwede. Das ist eine ganz neue Experience mit den Zäunen. Hallo, Knig. Sag mal. Du fährst doch nie hier lang. Du fährst doch sonst immer durch den Tunnel. Du sag mal, wieso kann ich Heavy TV hier abladen? Da hat der Modder das wohl mit dem Multifrucht ein bisschen zu ernst genommen. Ja, ich glaub auch. So, das ist die große Frage. Kommen wir hier rum oder ist das auch zu eng? Unser kleiner Schleichweg hier. Ach du Scheiße. Alter, ist das eng? Aber es geht. Es geht. Super, es ist leer. Fahren wir mal zum Kuhstall. Da steht ein Ford. Ich fass es nicht. Und ja, Leute, es ruckelt wie Sau seit heute. Das waren wohl zwei, drei Zäune zu viel auf der Karte jetzt. Wo ruckelt's? Bei mir. Okay, bei mir nicht. Aber ich habe vor ein paar Tagen auch die Schattenqualität etwas runtergestellt. Oh, das wäre tatsächlich eine sehr gute Möglichkeit. Ja. Wobei, ich glaube, ich habe die eh schon auf Mittel. Weil ich hatte das Problem tatsächlich bei uns auf der Map auch, weil ich das wie gebaut habe. Da kann ich tatsächlich mal gucken, auf welche Qualität ich die eingestellt habe. Sag mal, bis Mittel kann man das ja immer noch runterstellen. Ab Mittel wird es dann tatsächlich meiner Meinung nach ein bisschen hässlich. Ja. Da frage ich mich tatsächlich wirklich immer, wenn man so in den Gruppen so liest, dass die dann so mit uralten Grafikkarten das auf maximale Grafikstufe spielen, frage ich mich ernsthaft, ob denen eigentlich bewusst ist, wie ruckelig das sein muss? Gut, aber die Sicht war jetzt halt auf Null. Naja, also unter maximalen Grafikeinstellungen verstehe ich alles auf Maximum gedreht. Ja. Kann nicht sein. Ja, das kann natürlich sein, dass das Leuten gar nicht bewusst, also dass die daran gewöhnt sind, dass das Spiel halt nicht flüssig läuft. Weißt du, was ich meine? Ja, besser, ja. Das ist ja, ich sag mal, das kenn ich ja auch so damals vom Gamecube, wo ich dachte, wow, flüssiges Bild oder als ich den LS-17 mit dem Laptop gezockt hab. Mhm. Ne? Und den, also man empfindet ja immer das, was man gewöhnt ist als gut. Ja, stimmt schon. Wenn man nichts Besseres kennt. Ja, das ist, das ist das typische Beispiel, wenn du da ein Fernseher dahin machst und guckst immer in ein normale Fernseher, denkst du, das Bild ist okay. Ja. Da gehst du irgendwann mal zum Mediamarkt oder in ein großes Fachgeschäft und dann siehst du mal 10, 20 Fernseher an der Wand und denkst, da siehst du einfach einen Unterschied, was es eigentlich gibt. Ja. Das ist kein Scheiß. Ich kann kein normales Fernseher mal gucken, ne? Ich, 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 ich denk mir jedes Mal, seit, also seitdem ich, also jetzt umso schlimmer, ne? Ähm, aber wenn ich mal das normale Fernseher angucke, denk ich mir so, ey Leute, das ist eine Dia-Show. Wollt ihr mich verarschen? Ja, ja. Ja, ja, aber, aber Wissenschaftler wissen ja, mehr als 20 FPS kann das menschliche Auge ja eh nicht sehen. Nö. Du schaltest den Fernseher an mit den 23 FPS und denkst du so, ähm, Dia-Show, hallo? Ja, es ist wirklich so. Ja. Es ist halt sehr situationsabhängig. Ich sag mal, wenn du ein Standbild hast, wo eine Person an einem Platz sitzt und seinen Kopf ein bisschen von links nach rechts dreht, ist das ja okay, aber wenn man halt viel Bewegung im Bild hat. Ich fand, ich fand es tatsächlich, ähm, die Anfangszeit, ähm, wo es losgegangen ist mit Mediatheken von ARD und ZDF, äh, haben wir dann mal die Anfangszeit ein paar Sachen geguckt. Das war wirklich so, äh, wirklich so, äh, auf Full HD zu gucken, äh, so ruckelig, da hast du gedacht, dass du das gar nicht guckst. Ja, wenn jetzt zum Beispiel das Auto vorgefallen ist, hat die Fällige so, wie so ein Spinner, weißt du, wo du dann die, die gar nicht so richtig dreht, sondern da hast du immer so, äh, wie du sagst, in der Dia-Show gehabt. Ja, das war tatsächlich am Anfang, das war, das war einfach so, ne? Und da hast du gesagt, nee, also hier, das möchte gar keinen Bock, Mediatheken zu gucken. Mittlerweile ist das natürlich auf ganz anderem Niveau. Ähm, da sieht das auch gut aus, ne? Also, am, am Anfang war das ja aber auch wirklich, äh, also haben die, haben die, ich sag mal, die Mediatheken von den Fernsehsendern ja auch alles falsch, also alles, alles, was am, was, was am Fernsehen scheiße war, haben die ja wirklich eingebaut, ne? Verstehst du, was ich meine? So, irgendwie, du hattest ein Bezahl-Abo und musstest dann trotzdem noch Werbung gucken, denn schlechte Bildqualität und so weiter. Volle, volle Programm quasi, ja. Ja, ja. So, ich mach mein Lieblingsjob, das Vorgewende. Insider wissen, was ich meine? Meter 50. Ja, ja, das passt, das kommt recht gut hin mit einer Bahn. Da war ich gar nicht so scheiße, diesmal. Ah, Gülle ist schon wieder fast leer. Ja, gut, das ist ja auch erst zwei, drei Monate her. Ja, das geht recht schnell, ja. Aber wenn die mal, äh, tatsächlich mal, äh, 100% laufen, dann können wir uns von Gülle gar nicht mehr retten. Boah, mal gucken, ne? Ja. Du musstest noch, äh, Verkauf, und schlefft es über. Ja, gut, dafür haben wir jetzt ja erstmal, ja, auch einen weiteren, einen Tank, ne? Obwohl, da kann ich tatsächlich auch gleich mal gucken. Haben wir denn bei den Kühen jetzt Stroh gekippen? Äh, mit dem Ladewagen musst du, äh, also mit dem Vordermischwagen musst du reinfahren. Dann schreibt er mal, Stroh wird hier nicht angenommen. Dann ist er schon voll. Hm, es war ja 30.000 Liter und, äh, der Balken ist aber rot. Ah, das ist ein Anzeigefehler. Okay. Das hab ich auch schon gehabt. Bei meinem Bruder auf dem Surfer ist allergleiche. Ja, das hat ein Knecht und ich letztens ja auch, wo er gesagt hat, oh, bei den Schweinen ist nix drin und ich, den Knecht, das ist voll. Ja. Ja, ja. Ich weiß auch nicht, was das Problem ist, oder? Viel interessanter hatte ich's letztens auf dem Feld. Wenn du am Feld guckst, dann zeigt er dir ja auch die Ergebnisse von Christian Farming an, ne? Ja. Dann hatte ich auf, auf der Map, hatte ich pH-Wert rot und auf dem Feld war es aber der Stickstoffwert. Okay. Das hab ich jetzt wohl nicht gehabt. Ja, das war, äh, da hab ich dann auch erstmal da gestanden, äh, ja, äh, äh, was mach ich jetzt? Also, ähm, Stroh ist bei den Kühen fast voll, nicht ganz, aber auf jeden Fall ausreichend. Bei den Schweinen genauso, die Schafe sind ja so, so, momentan obsolet. Ja. Ah, die, oh, die Schweine, also bei, bei, also Schweine und Kühe müssen beide gefüttert werden, bevor wir vorspulen, auf jeden Fall. Bei den Kühen bin ich schon dabei. Ja. Ja, äh, 50% Silage, 30% Heu. 20% Kartoffelschnetzel. Ja, nur ist es Problem, dass der Futtermischwagen wohl ist. Ja, also, äh, also ich hab bislang nie den Futtermischwagen dafür benutzt, der ist wirklich nur zum Einstreuen da. Ja, ich führe das gerade mit dem Lader, eigentlich weiß einer. So, mit ein bisschen Glück haben wir ja noch in unseren, oh Gott, hier muss ich den Weg auch nochmal glatt ziehen, das hab ich noch nicht gemacht. Ei, ei, ei. Ähm, in unseren, äh, Silo haben wir vielleicht ja auch noch Gülle drin. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das werden wir jetzt rausfinden. Oder wir über das Micron haben, ne? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir nicht einfach eine Silo-Erweiterung hingestellt haben. Okay. Ich hab da irgendwie was im Kopf. Äh, nee, haben wir nicht. Gut. Dann schnapp ich mir doch tatsächlich mal einen Misstreuer. Also, das müssten wir quasi per Hand voll machen, gell? Aus dem, aus dem Stall, umlacher. Ja, wenn, wenn's irgendwann mal soweit ist, ne? Ich sag mal, zwischendurch fährt man ja auch immer mal wieder Gülle und so. Logisch, logisch. Ganz ehrlich, brauchen wir zwei, ähm, zwei Misstreuer eigentlich? Ich bin in Zukunft sicher irgendwann. Haben wir noch wieder Kalkstrahl? Nein. Geht nicht mehr. Also, wir brauchen Kalkstreuer tatsächlich zukünftig. Das war, das war ja der Mod, der Probleme verursacht hat. Ich hab's nicht gekriegt, ja. Ja, aber hast du nicht gesagt, dass der geupdated ist und dass das funktioniert? War das so? Nee. Er? Was? Wer ist geupdated? Obwohl, ich bin mir nicht sicher. Müsste ich mal gucken. Kann sein. Äh, Patrick, du hast grad den Lader, oder? Ja. Mögen sie mich zwischendurch aufladen? Wäre das okay? Kann ich machen. Aber vor allem beende ich die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde, wir werden jetzt erstmal einfach nur so weiterspielen, ohne weitere Aufnahmen. Und in der nächsten Folge könnte sein, dass wir da den nächsten Auftrag von der Gemeinde machen. Äh, die hat für den Januar schon was angekündigt, dass sie im Januar ganz gerne einen Wald aufgeforstet haben möchte. Yay! Yes! Yay! Und das schließt gern das Video. Bis dann, danke und ciao! 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 Ciao!